naja gut dann gehen wir mal zum bazar das ist sie ganz bestimmt ich würde sie jederzeit wieder erkennen was für eine seltsame frau was wird sie wohl mit deinem notizbuch ruhig esmeralda ich habe das notizbuch zurückgeholt ausgezeichnete arbeit dann lass uns diese stadt sofort verlassen genau das habe ich auch gedacht ich habe bei den beiden ein ungutes gefühl wir gehen den selben weg zurück auf dem wir gekommen sind was hast du jetzt vor grün schnabel was schon ein notizbuch zurückholen kommst du jetzt mit oder nicht du bestimmten weg vielen dank dass ihr alle heute hergekommen seid die präsentation unterstützt vom großzügigen haus windhelm beginnt in kürze pro teilnehmer ist nur ein artikel erlaubt der glückliche gewinner des wettbewerbs erhält eine milliarde blätter händler bitte bereitet eure beiträge vor ach ja die präsentation machst du mit cohen schnabel ja sicher und hier ist mein sieger beitrag tada eltritt wie bist du zu einer solchen rarität gekommen so dann lass uns doch mal über das geschäft treten ja träum weiter ali ein versuch war es wert aber du weißt schon dass du damit tatsächlich gewinnen könntest vielleicht bist du doch nicht so ein grün schnabel irgendwie fühlt er sich anders an anders wie denn hm ich weiß nicht vielleicht bilde ich mir das nur ein wie auch immer eins nach dem anderen wir müssen diese v finden of course genau ja dann wollen wir das auch mal tun aber jetzt wissen wir zumindest wie die frau in schwarze kleidung heißt esmeralda da sind sie in ordnung überlass das mir was hast du vor was hast du vor ich werde ihn wegloggen damit du der frau folgen kannst was das kann ich nicht zulassen das ist zu gefährlich schon vergessen ich bin ali der ein mann armee ich werde meine schuld begleichen auf welche art auch immer ali sauberer abgang ali dann wollen wir mal der herr die dame ich bitte um entschuldigung was gibt es junge ich weiß man sieht mir den händler nicht gleich an dennoch bin ich in dieser gegend recht bekannt und habe gehofft ihr würdet mir kurz eure zeit schenken aus dem weg wir sind beschäftigt es wird auch nicht lange dauern versprochen also ich bin sehr an eurer taschenuhr interessiert mein herr das ist ja ach wirklich hast du schon vergessen wir haben es eilig das ist die uhr von sicurat wenn ich mich nicht irre es war der könig des ostens und schätzte diesen zeitmesser mehr als alles andere berühmt waren seine worte nichts ist wertvoller als zeit sie zu bewahren und sie zu verbringen es läuft gut ali ein recht versierter händler wie ich sehe allerdings ist sie nicht die bemerkenswerteste uhr in meinem besitz wie ihr wisst ist meine zeit auch sehr wertvoll bitte verzeiht meine dame warum unterhalten wir uns nicht dort mein herr ich habe etwas das euch vielleicht sehr interessieren könnte sprich wer hätte gedacht dass uran so viel zeit in anspruch nehmen das ist meine turn jetzt bin ich an der reihe ja hoffentlich hast du auch so viel glück so kann er in der ziel von groß rote gehen ok boah gefahren schufe 45 uiuiuiuiuiuiuiuiui glaubt ihr es wird alles gut gehen macht er euch sorgen um den burschen natürlich sich an solch ein ohr zu wagen und das alles nur um meines willen er hat geschworen seine schulen zu bezahlen das hat ali gesagt ja bevor er ging und ich glaube dass er sein wort hält sein stolz würde es nicht zulassen mir irgendwas zu schulden das ist sicher ich hoffe nur dass er nicht verletzt wird das hoffe ich auch aber egal ob ihr euch sorgt oder nicht er wird immer nur das tun was er sich in den kopf gesetzt hat das da habt ihr wohl recht und er ist stärker als er aussieht ja na gut dann bin ich mal jetzt gespannt welche gegner jetzt erstmal auf uns zukommen aber vorher ist mein speicherpunkt gut ok der weg spittet sich links auch nochmal auf oh gott schwarzschere und schleimschnecke uiuiuiuiui victory shall be mine yo hier ich gehe ah sie hat keine args scheiße aber dolch hat sie doch ne ja genau sonst sind die krabben zumindest schon mal im bruchzustand und ophelia du machst mal analyse auf die schleimschnecke leimschnecke licht ok havetiu out of my way what next ich weiß nur jetzt mal die krabben zu tüten und und deutsch ok ja jetzt sind natürlich erstmal die krabben dran aus up ok die attacke tut weh erst mal ein bisschen heilen mach du mal obwohl ne fang du mal an die scheimschnecke ein bisschen zu schwächen gut oh ne gibt ja auch scheiße Das ist mein Ophelia. Was muss man tun? so die ist weg du heilst uns einmal perfekt so und jetzt noch mit heiligen gesicht und dann müsste die tot sein jawohl gut ja nicht schlecht nicht schlecht herrspecht ich gehe erst mal hier nach unten genau energiegranat apfel l oh neue diebe obsidianvertreter ok klängenhand ok ok toll wind victory shall be mine victory well then allow me to have a look come in teresa ist bewusstlos einer ist schon mal besiegt victory shall be mine ja kein schwer dass ich hatte das ist der hat die 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 mit einer lösung so eine besser auch ein kurzer schand Pinzeln ist okay Überlieb die Sau noch Ist das Olberich bewusstlos? Gut Hui Geht's doch plötzlich schon Teilkaut Gut Gut Äh, zwei Scheimschnecken. Ach, nö. Einmal vorbeigeschauen, toll. Tja, dann mach mal Lummi jetzt. Oh, ich muss Schwester halten. Was ist das? Mein Turnier jetzt. Lass deine Wälder heilen. Dann einmal so. Hier ich gehe! Komm in, wenn du... Let's do this! Alter! Lass deine Wälder heilen. Oh, der Scheimt, der tut weh. Oh, der Scheimt, der schwebt. Lass deine Wälder heilen. Yo. so hier gehe ich! Ich mache mein Bestes! Aber komm, komm, Leute, schreckliche Licht! Die Flamme bewegt uns durch! da gibt es nichts okay schreibt er nicht jedes mal vorbei muss ich das halt so machen das ist der hand beginnen so sorry victory so eine fläder muss ich mal weg nur mehr sens sehr gut eine gesicht hochzustand perfekt der obere geschäft so das reicht nicht aus ok geduld habe ich aber noch mal glück gehabt super eine violette kiste das heißt ich darf mit therion hier auch noch mal zurückkehren toll und da oben ist auch noch eine rote kiste die attacke tut weh erst mal heilen Oh, die können sich auch heilen, die Schweine. Oh, jetzt heilt ihn doch nicht immer. Meine Fresse. Was ist denn die letzte Schwäche von denen? Licht, okay. Das übertreibt man bitte nicht. Das Schert hat sie natürlich jetzt nicht. So, ich muss so viele erheilen. Am Eiswind. Das ist dann weiter erstmal im Bruchzustand. So, jetzt kann Olberic Augen mit angreifen. Sehr schön. Ophelia, du heilst uns bitte. Ja, halt ich. Gut, dann bringt den anderen auch mal lieber ein Bruchzustand. Sicher ist sicher. Unbeziegt. Ja, boll. Wie war das? Ja. Ja. Vielen Dank.